Jede Frau strebt danach, die Schönheit und Jugend der Haut so lange wie möglich zu erhalten. Jedoch führen ständiger Stress, Mangel an guter Ruhe, Unterernährung, schlechte Ökologie zum Verlust der Hautelastizität, Verlust der gesunden Farbe und ihrer vorzeitigen Verwälkung. In der täglichen Alle haben wir oft nicht genug Zeit für uns selbst. Den Besuch eines Kosmetiksalons, Spa-Prozeduren und andere Anti-Aging-Programme. Es gibt noch ein anderes Problem, einen guten Kosmetiker zu finden. Diese Aufgabe ist nicht einfach. Die Suche nach dem qualifizierten Kosmetiker impliziert meistens Experimente auf ihrer eigenen Haut sowie einen Verlust der kostbaren Zeit. Selbst wenn Sie das Glück haben, einen guten Spezialisten zu finden, gibt es oft nicht genug Zeit für den regelmäßigen Besuch des Kosmetiksalons. Das Unternehmen Business Process Technologies hat eine spezielle Lösung für all diese Probleme für Sie entwickelt. Das Live Beauty Gerät wird zu Ihrem unverzichtbaren Assistenten, zu einem persönlichen Kosmetiker, der überall und zu jeder Zeit eine salongleichende Hautpflege von Gesicht und Hals für Sie zur Verfügung stellt. Live Beauty ist ein Gerät für die häusliche Kosmetologie und bietet eine professionelle Massage. All dies nimmt nicht mehr als 10 Minuten am Tag ein. Mit dem Live Beauty können Sie jetzt von der Pflege, die nur die oberen Schichten der Haut betrifft, Abschied nehmen. Dank der Funktion von EF-Lifting, Photodynamischer und Lichttherapie hilft Live Beauty, die Jugend der Haut länger zu bewahren, die Muskelelastizität wiederherzustellen und trägt auch zu einer tieferen Durchdringung von Cremes und Serums in die Haut bei, wodurch ihre Wirkung zweifellos verbessert wird. Unter dem Einfluss von Lichtwellen werden Mikropolen in den oberen Hautschichten und den Zellmembranen vorübergehend geöffnet. Dadurch wird der Transport der aktiven Inhaltsstoffe von Präparaten, die auf die Hautoberfläche aufgetragen werden, durchgeführt. Der Effekt der Prozeduren ist nach der ersten Sitzung sichtbar. Die Haut ist sofort geglättet, fest und frisch. Die Licht- und Phototherapie aktivieren Erholungsprozesse in Zellen, stimulieren die natürliche Produktion von Collagen, stimmen den Hautton und stellen die Elastizität wieder her. Sie entfernen Giftstoffe und bekämpfen Bakterien. Mit Hilfe der Licht- und Phototherapie können Sie die Zellen neu laden, sie aktivieren, wiederherstellen und verjungen. Die Funktion Airflifting glättet Falten, entfernt das Doppelkinn, korrigiert die Gesichtsform, tonisiert und stärkt die Haut. Das Gerät LifeBeauty hat fünf intellektuelle Modi, dank denen Sie gehassten Falten den Krieg erklären und die Jugend der Haut gewinnen können. Alles, was benötigt wird, ist bereits im Set. LifeBeauty hilft, Schwellungen zu entfernen, Giftstoffe zu beseitigen, den Muskeltonus zu stimulieren und die Elastizität wiederherzustellen, das Gleichgewicht der inneren Umgebung der Zellen wiederherzustellen, ihre Vitalität zu erhöhen, die Stabilität des Zellstoffwechsels zu erhöhen, Mimikfältchen auf Stirn- und Nasenrücken, um die Augen und Lippen zu glätten, die Produktion von eigenem Collagen und Erlastern zu aktivieren, Muskelkrämpfe zu lindern. Das Gerät verfügt über vier Signalintensitätsstufen und fünf Lichtwellenmodi mit unterschiedlicher Eindringtiefe. Farbe ist nichts anderes als eine elektromagnetische Welle einer bestimmten Länge. Blau hat eine Länge, Gelb hat eine andere und Rot hat eine dritte. Daher wirken Sie auf unterschiedliche Weise auf den Körper ein. Der kombinierte Modus ist für normale Haut vorgesehen. Blaue Lichtwellen wirken auf die oberen Hautschichten und dringen kaum ein. Hat antibakterielle, entzündungshemmende und beruhigende Eigenschaften. Dieser Modus ist besonders effektiv bei Akne. Es bekämpft Propionsäure-Akne-Bakterien und ist eine wirksame Alternative für Menschen, die auf andere Behandlungen oder Antibiotika nicht ansprechen. Speziell für dunkle und jugendliche Haut. Außerdem ist der Modus der blauen Lichtwellen des Geräts hervorragend geeignet, um zukünftige Ausbrüche von Hautausschlägen und bakteriellen Hautinfektionen zu verhindern. Blaue Lichtwellen bieten alle antibakteriellen Vorteile, die mit Sonnenlicht verbunden sind, jedoch ohne die schädlichen und zerstörenden UV-Strahlen. Gelbe Lichtwellen dringen tiefer in die Haut ein. Gelbe Lichtwellen regen die Lymphdrainage und die Durchblutung an. Dieser Modus wird bei der Pflege von fettiger, mischgroßporiger und empfindlicher Haut verwendet. Er wirkt antiseptisch, entzündungshemmend und antimikotisch. Reichert die Haut mit Sauerstoff an und verbessert das Hautbild. Ideal für Haut mit Schwellungen und Augenringe. Auch hat der Modus der gelben Lichtwellen eine Antistresswirkung auf die Haut und wird bei lymphatischer Stagnation und Gewebehypoxie eingesetzt. Rote Lichtwellen sind der stärkste Modus in Bezug auf das Eindringen in die Haut. Rote Lichtwellen dringen bis zu 10 mm tief in die Haut ein, steigern die Durchblutung und regen so die Collagenproduktion und das Wachstum neuer Blutgefäße an. Der rote Farbmodus wirkt beruhigend auf die Haut, strafft die Polen und erhöht den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt, wodurch die Feuchtigkeit in den tiefen Hautschichten erhalten bleibt. Die Haut wird ebenmäßiger, hydratisiert und glatt mit einem gesunden Glanz. Dies ist der optimale Modus für reife Haut, die Stimulation benötigt. Der Blinkmodus bewirkt das tiefste Eindringen von Kosmetika in die Hautschichten. Zusätzlich zu den im Gerät integrierten Programmen haben Sie die Möglichkeit, mit der mobilen Anwendung Web Wellness die speziell für das Gerät entwickelten RF-Lifting-Programme über Bluetooth herunterzuladen und ein Programm für einen bestimmten Bereich des Gesichts auszuwählen oder zeichnen Sie einen Autokomplex für das Gerät auf, basierend auf den Tests, die mit dem Live-Expert-Gerät durchgeführt wurden. Aufgrund seiner geringen Größe und seines Gewichts können Sie das Gerät immer und überall mitnehmen. Erhalte Deine Jugend. Nutzen Sie noch heute die Technologien von Live Beauty.